Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem ersten Informationswebinar von NF Kinder. Heute befassen wir uns mit dem Thema Online-Recherche. Gerade für Menschen und Angehörige einer chronischen Erkrankung wie Neurofibromatose zum Beispiel ist natürlich ganz wichtig, wie finde ich Informationen. Und da geht man natürlich online und recherchiert, aber wie kann man jetzt von unglaubwürdiger Information unterscheiden? Das ist oft gar nicht so leicht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute den Chefredakteur des Ärztemagazins, den Herrn Mag. Jörg Wipplinger, als Gastsprecher haben, der jetzt gleich das Wort übernehmen wird und über ein paar Slides informieren wird, wie man sinnvoll online recherchieren kann. Nachher werden wir noch eine kleine Diskussionsrunde machen und jetzt übergebe ich das Wort an dich, lieber Jörg. Okay, danke Klaas. Auch danke für die Einladung. Ich habe zwei Vorträge zusammengestoppelt. Ich hoffe, das ergibt in Summe jetzt noch irgendeinen Sinn. Wenn nicht, einfach bitte mit Fragen nachhaken, wenn irgendwas nicht klar ist. Es geht darum, wie erkenne ich gute Gesundheitsinformation im Internet. Ich werde jetzt weniger auf Werkzeuge wie Suchmaschinen eingehen, sondern mehr da dran mit, wie ich das, was immer ich auch finde, ein bisschen einordnen kann. Was möchte ich Ihnen erzählen in einem kurzen Vortrag? Erstens, was ist überhaupt gute Gesundheitsinformation? Gibt es eine Art Definition dafür? Dann ein wenig Medienkritik, wie evidenzbasiert berichten Medien und warum nicht? Das halte ich für relativ wichtig, weil doch die normalen Publikumsmedien für die meisten der häufigste Berührungspunkt mit wissenschaftlichen Studien sind. Es kann sein, dass es bei einer Patientengruppe, die sich so stark informiert, wie sie jetzt nicht ganz so zutreffend ist. Ich hoffe, es ist trotzdem nützlich. Ich werde eine kurze Checkliste durchgehen, wie man gute Informationen im Internet erkennen kann anhand formaler und anhand inhaltlicher Kriterien. Ich habe ein paar Links zusammengesammelt und der Klaas hat gemeint, damit man das Ganze noch ein bisschen bewerten kann. Ich möchte ja ganz kurz über Studien und deren Aussagekraft treffen. Naja, sprengen. Also was ist denn überhaupt gute Gesundheitsinformation? Da gibt es ein ganz brauchbares Zitat von Klaus Koch vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Gute Gesundheitsinformation ist richtig und aktuell, darf nicht irreführen und gibt keine Entscheidungen vor. Die ersten Punkte sind relativ klar. Natürlich soll die Information, die man findet, richtig sein. Wenn sie nicht aktuell ist, ist sie meistens nicht mehr richtig. Sie soll nicht irreführen. Das ist schon ein bisschen heikler, weil irreführen kann auch sehr subtil sein, indem Information verschwiegen wird. Und ein ganz wichtiges Merkmal, das vielleicht nicht auf den ersten Blick klar ist, ist, dass sie keine Entscheidungen vorgibt. Weil wenn wir im Internet nach Informationen suchen, dann würden wir natürlich gerne etwas finden, was uns dabei hilft, Entscheidungen zu treffen oder vielleicht sogar die Entscheidung für uns trifft. Das ist auch oft der Fall, dass Patienten gerne möchten, dass ein Arzt für sie die Entscheidung trifft. Gute Gesundheitsinformation macht es nicht. Die gibt ihnen keine Entscheidungen vor, sondern die versucht, sie möglichst so zu informieren, dass sie als mündiger Patient selber in die Lage versetzt werden, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, sie führt sie nicht in die Irre. Sie versucht sie nicht zu irgendwas zu bewegen, sondern sie liefert einfach nur die Information, die sie hoffentlich in die Lage versetzt, eine gute Gesundheitsentscheidung zu treffen. Das finde ich ein sehr wichtiges Merkmal, das man manchmal, wie gesagt, nicht auf den ersten Blick erkennt oder nicht ganz bewusst ist. Ganz kurz, weil man, wie gesagt, glaube ich, sehr oft über Medien zu Studien hinkommt. Das lesen jetzt nicht alle wirklich Studien in den Originalpublikationen oder in PubMed, sondern man schaut, wie ist der Standard, man schaut fern. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gut Medien selber berichten. Wir haben uns das damals noch an der Donau-Universität Krems angeschaut, und zwar indem wir beinahe tausend Artikel aus Medien genommen haben und das, was in diesen Artikeln steht, verglichen haben mit der tatsächlichen wissenschaftlichen Beweislage zum gleichen Thema. Das heißt, die Fragestellung, wie in einem Zeitungsartikel behandelt wird, haben wir uns dann die wissenschaftliche Evidenz angeschaut, alle Studien durchsucht. Und wenn man das macht, dann kommt man darauf, dass 60 Prozent aller Medienberichte, Gesundheitsberichte in den Medien stark verzerrt sind. Und nur bei knapp 11 Prozent stimmt das, was in diesem Medienbericht steht, mit der wissenschaftlichen Datenlage überein. Da gibt es dann noch ein paar relativ traurige Details, nämlich, dass die Qualitätsmedien nur minimal besser abschneiden als der Boulevard. Die machen zwar manchmal sehr schöne Geschichten, in denen dann auch alles richtig ist, aber auch Qualitätsmedien müssen ihre Seiten füllen und bringen deshalb mehr Inhalt, als sie eigentlich qualitativ bewerten können. Und dann gehen die guten Informationen in der Zahl schlechter Informationen unter. Und wie gesagt, sie schneiden in Summe dann nicht viel besser ab als Boulevardmedien. Es gibt auch thematische Unterschiede. Interessanterweise sind Berichte am wenigsten verzerrt, wenn es um rezeptpflichtige Medikamente geht, am saubersten gearbeitet. Und am schlechtesten schneiden Berichte zu Kosmetik oder Abnehmen ab, wo ungefähr 90 Prozent aller Artikel von dem abweilen, wie die wissenschaftliche Beweislage ist. Ich habe da noch ein Beispiel dazu. Warum passiert das? Warum berichten Medien nicht evidenzbasiert? Teilweise sind die Wissenschaftler selber schuld, weil auch Wissenschaftler ihre Ergebnisse verkaufen müssen, um überhaupt in die Medien zu kommen. In den Medien selber herrscht Zeitdruck, dass das PR-Meldungen werden übernommen. Es gibt Interessenskonflikte, einerseits sowohl bei den Journalisten selbst als auch bei den Zeitungen. Die schrumpfenden Redaktionen haben einfach keine Zeit, um PR-Meldungen zu überprüfen. Dann sitzen dort meistens Generalisten statt Spezialisten. Und in großen Medien sitzen kaum ausgebildete Medizinjournalisten. Das geht einfach nicht für jedes Fach, dann einen Experten zu haben. Auf der anderen Seite, wer sehr viele Experten in seinen Reihen hat, ist die Industrie, die sich ein Lobbying und professionelles PR leisten kann. Die Interessenskonflikte der Medien selber auch nicht kurz erwähnt. So, das sind die Rahmenbedingungen. Das heißt, die meisten Medien und auch deren Online-Ableger berichten nicht so evidenzbasiert, wie wir das gerne hätten. Das heißt, wir sollten den Meldungen entsprechend kritisch gegenübertreten. Und da dafür gibt es Checklisten, die man sich anschauen kann. Einerseits formale Kriterien, wo es jetzt nicht um den Inhalt geht, sondern wo ich mir einfach die Homepage als Ganzes anschaue und mir überlege, was will die Homepage eigentlich? Was ist deren Ziel? Ich höre jemanden. Okay, ich mache einfach mal weiter. Eines dieser formalen Kriterien ist, dass ich mir anschaue, wer steckt hinter einer solchen Homepage. Das sollte im Impressum stehen. Ein Impressum ist grundsätzlich verpflichtend. Da sollte drinstehen, wer für die Seite verantwortlich ist. Allerdings sind das oft Fallen. Das heißt, da steht manchmal irgendwer in Verein, von dem ich nicht genau weiß, wer dahinter steht. Wenn ich aus dem Impressum nicht entnehmen kann, wer tatsächlich für die Inhalte der Seite verantwortlich ist, ist das schon mal ein Warnsignal. Was ich mir auch anschauen kann, auch mit einem Blick auf die ganze Seite, ist die Finanzierung. Wer zahlt für diese Seite und wie verdient die Seite ihr Geld? Das ist grundsätzlich nichts Böses, dass Medien Geld verdienen wollen. Das heißt, wenn ich auf einer Seite Werbung sehe, ist das nichts weiter Schlimmes. Aber es sollte mir dabei helfen, die Information einzuordnen und ich darf es nicht einfach ignorieren. Wichtig ist, dass ich herausfinden kann, wie eine Seite Geld verdient. Das muss irgendwie offensichtlich sein. Wenn jetzt der Seite keine Werbung hat, muss ich versuchen herauszufinden, wer dahinter steht. Eben entweder mit einem Blick ins Impressum oder wenn es gute Gesundheitsinformation ist, dann muss irgendwo angeführt sein, wie sich die Seite finanziert, eventuell durch öffentliche Geldgeber und so weiter. Wenn ich nicht herausfinde, wie die Seite Geld verdient, ist das wieder ein Alarmsignal und ich sollte relativ kritisch mit den Berichten sein. Im Zusammenhang damit, wie die Seite Geld verdient, werden natürlich Abhängigkeiten sichtbar. Das können allerdings auch eine Abhängigkeit, wenn ich zum Beispiel weiß, dass eine Seite vom Land Niederösterreich finanziert wird. Das wird dann zwar bei Gesundheitsthemen nicht so kritisch sein, aber natürlich ist auch dann eine Abhängigkeit gegeben, die zu Interessenkonflikten führen kann. Ein weiteres formales Kriterium ist eine Autorenangabe. Kann ich herausfinden, wer diesen Artikel, den ich mir da anschaue, wirklich geschrieben hat. Kann ich vielleicht sogar herausfinden, was den dazu qualifiziert. Die Urheber der Nachricht, ja schön, wenn ich es finde, sollte auf einer Seite auch relativ offensichtlich sein. Das ist immer ganz gut, wenn ich unterscheiden kann, ist die Nachricht deshalb, also die lese ich das auf dieser Seite, weil es aktuell und interessant ist oder steht da finanzielles Interesse dahinter. Aktualität ist klar, wobei ganz viele Seiten den Fehler machen, dass sie zu ihren Studien oder ihren Berichten nicht dazuschreiben, von wann die sind, was im Internet echt ein Fehler ist. Und dann, was ganz schön ist, was die wirklich guten Seiten machen und woran man sich erkennt, ist, sie sind transparent, was ihre Methoden betrifft. Das heißt, da gibt es irgendwo einen Punkt, wo sie erklären, wie komme ich, wie sie zu dem kommen, was sie sagen. Haben sie ein Vier-Augen-Prinzip, haben sie eine systematische Literatursuche. Einfach, wenn eine Seite berichtet, wie sie arbeitet, dann hilft mir das dabei einzuordnen, wie sehr ich den Ergebnissen Vertrauen kann. Das wären formale Kriterien und dann gibt es natürlich inhaltliche Kriterien, die gute Gesundheitsinformation ausmachen. Ein sehr wichtiges und sehr unterschätztes ist die Verständlichkeit. Da geht es nicht nur darum, dass sie ein breiteres Publikum anspricht, wenn sie verständlich ist, sondern es geht darum, Missverständnisse auszuschließen. Es nützen mir die besten Informationen an nichts, wenn sie außer für einen sehr kleinen Kreis nicht verständlich sind. Dann, was ich am Anfang erwähnt habe, sie sollte nicht wertend sein. Das heißt, nicht versuchen, ihnen irgendetwas einzureden, sie zu irgendetwas zu bewegen, sondern das Ziel sollte tatsächlich die Information an sich sein. Gute Seiten haben natürlich Quellenangaben und eine Quellenangabe heißt nicht, dass man einmal irgendwo angibt, eine amerikanische Studie sagt, sondern Quellenangaben müssen auffindbar und konkret sein. Das heißt, zu sagen, ja, eine amerikanische Studie sagt, das hilft mir dann nicht dabei, diese Studie tatsächlich auch zu finden. Das ist keine Quellenangabe, das kann man vergessen. Und das Nächste, was ist, ich sollte nicht eine Quellenangabe haben für alles, was ich irgendwie zusammensuche, sondern ich muss jede einzelne Behauptung belegt haben. Okay. Bei Gesundheitsinformationen im Speziellen gibt es dann noch das Kriterium, dass mir ein guter Bericht, der jetzt umfassend gilt jetzt natürlich nicht für jedes einzelne Detail, aber wenn ich mich über eine Therapie informiere auf einer Seite, dann muss das sehr vieles abdecken. Es muss mir nämlich, es muss mich als Leser in die Lage versetzen, eine Kosten-Nutzen-Abwägung zu machen, beziehungsweise eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Und da dafür braucht es einen Haufen Dinge, die drin sein müssen. Und diese Kriterien sind fast nie in voller Zahl erfüllt. Weil was brauche ich, um zu entscheiden, ob eine Therapie Sinn für mich macht? Ich muss den Nutzen kennen und ich muss den Nutzen vor mir haben in verständlichen und konkreten Zahlen. Da gibt es zum Beispiel den Namen Needed to Treat. Oder auch eine Risikoreduktion. Es ist egal, wie das da ist. Das heißt, es muss nur der Nutzen verständlich kommuniziert werden. Der Nutzen allein sagt mir aber noch nichts über die Therapie. Ich muss natürlich auch die Nebenwirkungen und die Kosten kennen, damit ich das Risiko abschätzen kann. Und das alles, auch Nutzen und Risiko, nützen mir noch nichts, wenn ich keinen Vergleich zu Alternativen habe. Das heißt, wenn etwas über eine Therapie informiert, muss es mal darüber informieren, ob es auch andere Therapien gibt. Sonst kann ich diese Nutzen-Abwägung nicht machen. Und was auch noch ein Punkt ist, was in der Berichterstattung fast immer untergeht, ist Unsicherheit. Kurze Meldungen und jeder auch im PR-Sinne ist immer dazu versucht, alles mit größter Sicherheit zu behaupten, die uns aber bei wissenschaftlichen Fragestellungen eigentlich fast immer fehlt. Und dieses Dealen mit Unsicherheit ist etwas, was gute Zeiten machen und weniger gute verschweigen sind. Okay, bei Studien auf Studien komme ich nachher noch zurück. Da gibt es ein paar Daumenregeln, wie man relativ gut einschätzen kann, wie stark die Aussagekraft einer Studie ist, wo es ums Design geht, ob es ein Tierversuch, ein Laborversuch ist und ob eine Einordnung in die gesamte Evidenz passiert. Da rede ich nachher noch kurz drüber. Ein kurzes Beispiel, das war jetzt alles recht theoretisch, weil ich aus der Präsentation aus der langen und alle praktischen Beispiele rausgeschnitten habe, aber ein Beispiel von der Unterschied, wie die Darstellung in Medien sein kann oder wie man es auch grundsätzlich im Internet einfach findet, wieder zu dem, wie es dann tatsächlich die Evidenz ausschaut. Es gibt hier mit einem Zitat, das wurde in mehreren Qualitätsmedien wörtlich so übernommen, dass es eine wissenschaftlich belegte, herausragende Wirksamkeit der Sterolzerolite-Creme gegen Orangenhaut gibt. Wenn man sich das dann anschaut und versucht, Studien zu finden, findet man als einziges einen Erfahrungsbericht des Herstellers, wo er 20 Anwender befragt hat, ohne Vergleichskontrolle, ohne jede Form von Auswertung. Da gibt es also im Grunde keine Studie. Trotzdem wird es von mehreren Qualitätsmedien als wissenschaftlich belegt wiedergegeben und solche Sachen muss man im Hinterkopf haben, wenn man über Studien liest in ganz normalen Publikumsmedien. Ein Beispiel, das ich von Klaas habe, wo es Neurofibromatose gibt, das ganz schön zeigt, wie einige dieser Mechanismen ganz gut aufzeigen. Da geht es um Hoffnung bei Neurofibromatose. Man hat ein Medikament gefunden, beziehungsweise ein Medikament, das bereits in Anwendung ist, zeigt in einer kleinen Studie die Chance, dass eventuell das auch bei Neurofibromatose helfen könnte. Und wenn man die Studie überfliegt, sieht man das, was bei kleinen Studien immer passiert, es wird versucht, ihre Bedeutung groß zu machen. Das heißt, man beschreibt weniger, was die Studie tut und kann und was sie tatsächlich aussagt, sondern man beschreibt die Hoffnung, die sie vielleicht irgendwann einmal erfüllen wird. Und ich verlasse mich jetzt da auf den Klaas, weil die Studie auch Neurofibromatose zeigt, das hat sich einfach nicht erfüllt. Und das ist sehr oft so. Viele Studien zeigen im Tierversuch tolle Ergebnisse, zeigen beim Laborversuch an Zellkulturen tolle Ergebnisse, zeigen vielleicht in Pilotstudien tolle Ergebnisse. Und wenn man dann eine echte klinische Studie macht, bleibt einfach nichts übrig. Das ist der Normalfall, das passiert meistens. Es ist ganz selten so, dass am Ende von einem Entwicklungsprozess dann auch tatsächlich das rauskommt, was man gerne hätte. Und entsprechend werden kleine Ergebnisse massiv überjubelt. Und das ist ein solches Beispiel dafür. So, machen wir es ein bisschen konkreter, kommen wir zur Liste von guten Links. Es sind tatsächlich nicht so viele, wie wir gerne hätten. Ich habe jetzt die ganzen Publikumsmedien rausgenommen. Warum ist inzwischen, glaube ich, verständlich? Ich habe vom Klaas die Seite mit reingenommen, weil sie natürlich als erste Anlaufstelle jetzt unabhängig von, wie sie Studien interpretiert, natürlich wichtig ist. Aber das wird eh in dem Kreis bekannt sein. Von den österreichischen Seiten kann ich empfehlen Medizintransparent. Das wird finanziert vom Land Niederösterreich und vom Ministerium. Die schauen Gesundheitsbehauptungen aus Medien und Werbung an und checken die Evidenz. Und das ist, wenn man zu verschiedenen Fragestellungen wissen will, wie tatsächlich die Beweislage der wissenschaftliche Stand der Dinge ist, ist das eine sehr gute Seite. Wissen, was wirkt, ist ein bisschen blogartiger. Die fassen wissenschaftliche Ergebnisse auch zusammen, aber die berichten aus allen möglichen Bereichen sehr patientennah. Ist noch eine recht kleine Seite, aber auch sehr brauchbar. Dann gibt es in Deutschland zwei Seiten, die extrem wichtig sind. Das eine ist der IGL-Monitor. Dort kann man jene Leistungen nachschauen, die nicht von der Kasse bezahlt werden. Da geht es sehr viel um alternativ medizinische Geschichten, aber nicht nur, sondern von allem, was so am Rand von evidenzbasierter Medizin passiert. Und die Seite für Patienteninformation schlechthin ist Gesundheitsinformation.de. Das ist die Seite vom Deutschen Institut für Qualität und Wissenschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Wenn Sie zu einem Thema, also die Themen, die die Seite behandelt hat, sollte man sich dort anschauen. Die sind so ziemlich die zuverlässigste Patienten-Informationsseite, die man finden kann. Mediendoktor arbeitet auch an der Grenze zwischen Medizinberichten und Kritik an der Medizinberichterstattung. Zum Thema Krebs ist der Deutsche Krebs-Informationsdienst eine sehr gute Seite. Und was ich da noch mit aufnahm habe, sind Gesundheitsblogs und Medienblogs, die ich empfehlen kann. Das ist jetzt nicht die objektivste Variante der Gesundheitsinformation, vermittelt aber sehr viel Hintergrundwissen. Vielleicht meinen eigenen Blog ein bisschen in Klammer gesetzt. Die Wahrheit hatte ich, das ist ziemlich polemisch. Das würde jetzt nicht als objektive Gesundheitsinformation anpreisen, aber ich muss natürlich ein bisschen Eigenwerbung auch machen. Medienblogs habe ich deshalb drin, weil ich, wie gesagt, Medien, leider gott das als erste Quelle meistens sehe. Eine andere erste Quelle ist aber jetzt gar nicht drin. Die Quelle für Gesundheitsinformation, wenn man es weltweit betrachtet, ist inzwischen Wikipedia. Und das ist eine erstaunlich gute Quelle. Da waren jetzt manche vielleicht aufjubeln, weil es nicht immer, sie ist in der Zuverlässigkeit relativ schwierig zu bewerten. Aber Wikipedia ist weltweit betrachtet tatsächlich die Quelle und das ist nicht die schlechteste Entwicklung. Und es gibt inzwischen, arbeitet Wikipedia unter anderem mit Cochrane zusammen und mit anderen Institutionen und versucht, seine Gesundheitsinformation evidenzbasierter zu machen. Und das funktioniert gar nicht schlecht. Das heißt jetzt nicht, dass man bei jedem Wikipedia-Artikel zu Gesundheitsthemen in Begeisterung ausbricht. Aber in Summe ist das gar keine schlechte Quelle. Man muss sie halt mit der üblichen Kritikfähigkeit anschauen. Und es ist ein Vorteil, wenn man Englisch kann, weil die englische Wikipedia meistens besser gefüllt ist. Gut, das sind mal die groben Links, die ich guten Gewissens empfehlen kann. Es gibt auf der Seite von gesundheitsinformation.de gibt es noch einmal einen ganz guten Ratgeber, wie man gute Gesundheitsinformationen findet. Das heißt, falls man meinen Vortrag nicht besonders toll findet, kann man sich dort nochmal umschauen und gesammelt sehr viele Tipps finden. Ich habe auch noch eine Bitte-Nicht-Geschichte, wobei ich nicht weiß, ob das für ihre Selbsthilfegruppe besonders interessant ist, das mal so für einen öffentlichen Vortrag. Aber trotzdem, ich glaube, Symptome googeln bringt nichts, weil man immer bei Krebs landet. Foren sind sehr kritische Geschichten. Ich würde mich nur in ein Forum wagen, wenn ich selber derjenige bin, der sie am besten auskennt. Ansonsten sind die Informationen dort wirklich sehr kritisch. Und sie sind dort vor allem auch immer emotional und mit persönlichen Geschichten gefärbt. Und das hat einen sehr hohen Impact auf die Art, wie man selber Informationen bewertet. Und das ist etwas, wo ich wirklich, wirklich vorsichtig wäre, weil es quasi so das Gegenteil des nüchternen Blicks auf eine Geschichte ist. Das zieht dann zwar ziemlich rein, aber es macht die Bewertung von Informationen eigentlich eher schwierig. So den nächsten Punkt überspringe ich, der ist nicht wichtig. Aber was mir persönlich noch ein Anliegen ist vom Restaurant noch drin, die meisten von uns sind auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Und dort werden Gesundheitsmythen immer noch erstaunlich schnell und unkritisch geteilt. Ja, das wäre schön, wenn man das einfach lassen würde, weil das fast immer nur zu Desinformation beiträgt. Wenn man hingegen wirklich gute Informationen hat, die man verbreiten möchte, ist das natürlich ein sinnvoller Kanal. Aber gerade das Weiterteilen von schnellen emotionalen Meldungen ist, glaube ich, eine der größten Fake News-Schleudern, die wir derzeit haben, wo wir uns alle an der eigenen Nase nehmen können. Ich würde jetzt, wenn noch Zeit ist, ganz kurz was über Studien sagen. Was sind Studien überhaupt, warum brauche ich Studien und welchen Studien kann ich vertrauen? Der Grund, warum ich Studien brauche, ist der, dass mir die Einzelwahrnehmung, die Anekdote, das, was ich so erlebe, sehr, sehr wenig Erkenntnis mitbringt. Warum? Warum kann ich aus einer einzelnen Erfahrung, wie zum Beispiel, ich habe mir warme Socken angezogen, jetzt habe ich kein Kopfweh mehr. Warum hilft mir das nicht? Warum bringt das keine Erkenntnis mit sich? Weil der Zufall eine große Rolle spielt, wenn ich eine gewisse Erwartungshaltung habe, weil ich meine persönlichen Geschichten im Normalfall nicht sehr exakt dokumentiere. Und ein sehr wichtiger Grund, es gibt für alles, was ich erlebe, nie eine Kontrollgruppe. Ich kann nicht die Situation mehrfach durchspielen und ich habe keinen eineigen Zwilling, der genau das Gleiche machen kann, gespeichert 30 eineige Zwillinge, mit denen wir das dann statistisch auch noch auswerten können. Dann spielt die subjektive Wahrnehmung natürlich eine Rolle, meine eingeschränkte Perspektive, dass ein Einzelerlebnis nie statistisch ausgewertet werden kann und was in der Medizin noch wichtig ist, was bei Erlebnissen ist. Es gibt einen natürlichen Verlauf der Erkrankung und ohne Kontrollgruppe kann ich nie wissen, ist das, was gerade passiert, der natürlichen Verlauf der Erkrankung oder auf ein Heilmittel zurückzuführen. Also was muss ich machen? Ich brauche eine Studie. Das ist wahrscheinlich die allereinfachste Darstellung, was eine Studie sein kann und die es überhaupt gibt. Die Definition ist mit Vorsicht zu betrachten, die kommt von mir selber, aber ich glaube, es kommt halbwegs hin. Bei Studie ist jeder methodische Versuch, objektiv herauszufinden, ob etwas funktioniert. Das dort unten ist, wie gesagt, die einfachste Abbildung einer randomisiert kontrollierten Studie. Ich habe zwei Gruppen, die eine erhält eine Therapie, die andere erhält keine Therapie und danach schaue ich, ob das Ergebnis in den Gruppen unterschiedlich ist. In Wirklichkeit wird der Vergleich meistens so geführt, dass ich eine Therapie mit Placebo vergleiche oder dass ich eine neue Therapie mit einer etablierten Therapie vergleiche und mir dann anschaue, was rauskommt. Das wäre die randomisiert kontrollierte Studie, wenn ich Glück habe. Was heißt randomisiert? Das heißt, Gruppe A und Gruppe B müssen vergleichbar sein und damit das passiert, lose ich das zu mit einem Zufallsprinzip, wer in welche Gruppe kommt. Wenn ich unverständlich bin, bitte zwischenfunken. Das ist aber nur ein Studientyp. Das ist nicht immer möglich. Ich kann zum Beispiel keine randomisiert kontrollierte Studie über Rauchen, über die Folgen des Rauchenmachens, weil ich kann nicht 100 Leute zwingen, dass sie ein Jahr lang jeden Tag fünf Zigaretten rauchen. Das heißt, da bräuchte ich ein anderes Studiendesign. Es geht einfach nicht für alles. Und unterschiedliche Studiendesigns haben unterschiedlich starke Aussagekraft. Es gibt daher eine Hierarchie der Evidenz. Evidenz heißt Beweislage. Was an der Pyramide wirklich interessant ist, sich zu merken, ist das da ganz herunten. Fallberichte und Expertenmeinungen. Expertenmeinungen stehen ganz unten in der Hierarchie. Das hat einen Grund, nämlich weil Experten tatsächlich meistens in irgendeiner Form abhängig sind und auch nicht immer und bei allem auf dem neuesten Stand sind. Es ist so, dass natürlich in vielen medizinisch-explorativen Geschichten, wo neue Erkenntnisse sehr wichtig sind, die Experten natürlich weiter sind als die eigentliche Studienlage, weil sie an Dingen arbeiten, die noch nicht öffentlich sind und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn wir in Medien lesen, dass sich eine Meinung oder Therapie über einen Experten definiert, ist das immer im Hinterkopf zu behalten, dass die Expertenmeinungen der Evidenzpyramide ganz unten steht. Was steht weiter oben? Es gibt die nicht kontrollierten Studien. Es sind verschiedene Formen von Beobachtungsstudien. Kontrollierte Beobachtungsstudien, wo ich eine Vergleichsgruppe habe, sind schon mal besser. Dann ist die randomisiert kontrollierte Studie ist, wenn sie sauber gemacht ist, unser bestes Werkzeug als Einzelstudie. Und dann gibt es noch systematische Übersichtsarbeiten, die andere Studientypen zusammenfassen. Es gibt dann auch noch eine sogenannte Netzwerk-Meta-Analyse, die Übersichtsarbeiten zusammenfasst. Und wenn die Dinger gut gemacht sind, haben sie die höchste Beweiskraft und die höchste Aussagekraft. Wobei man immer sagen muss, dass natürlich Übersichtsarbeiten nur zusammenfassen können, was es darunter gibt. Wenn es zu einem Thema keine Basisstudien gibt, dann hilft mir die systematische Übersichtsarbeit auch nicht weiter. So, wie erkennt man denn, was welche Studie ist? Ich gehe das jetzt nicht durch. Das ist schon ein bisschen zu genau, aber es gibt unterschiedliche, so ein Algorithmus. Ich weiß nicht, Klaas, wir können das eher zur Verfügung stellen, oder, dass das irgendwo downloadbar ist? Gerne, ja. Wir können es auch als Download zur Verfügung stellen, wenn du das zulässt. Ja, sehr gerne, weil ich glaube, da kann man sich dann ein bisschen durcharbeiten und man kann dann mit Hilfe von der Grafik relativ, auch als zumindest eingelesener Laie, ganz gut zuordnen, wo in dieser Hierarchie der Evidenz man sich bewegt. Von dem ist das ganz nützlich. Aber es gibt da sowas wie ein paar Daumenregeln, die meistens ausreichen, sich ein Bild zu machen von dem Bericht, den man gerade anschaut, die mir so einen ersten Eindruck geben, ob eine Studie was kann oder was nicht. Das Erste, was ich mir anschaue, ist, reden wir über einen Tierversuch oder über eine klinische Studie? Tierversuche sind interessant, das ist wissenschaftlich durchaus oft gerechtfertigt, liefert tolle Ergebnisse, wenn es darum geht, Mechanismen aufzuspüren. Es hat aber null klinischen Aussagewert. Ich kann aus einer Tierstudie nie schließen, ob etwas beim Menschen funktioniert oder nicht. Das ist einfach noch viel zu weit weg. Warum ist das wichtig? Weil ich oft Meldungen lese, wo zuerst erklärt wird, um was es geht, wo das Thema erklärt wird, wo dann groß angepriesen wird, was daraus eines Tages hören kann. Und dass die Studie in Wirklichkeit an fünf Mäusen statt an 300 Menschen durchgesucht gemacht wurde, steht dann erst ganz unten. Da wird oft versucht, das zu überjubeln. Ähnliches mit Laborstudien. Laborstudie heißt, dass man zum Beispiel verschiedene Zellkulturen verwendet hat. Auch wissenschaftlich natürlich grundlegend, aber auch hier einfach genau gar keine Aussage darüber, ob etwas am Menschen funktionieren wird. Das geht natürlich. Ich kann daraus nie schließen, ob die Sache klinisch erfolgreich wird. Dafür brauche ich einfach klinische Studien. Das nächste ist, wo ich so da auch mal ein bisschen schauen kann, was die Studie aussagt. Das Design, den Studientyp. Das ist dann eben diese Einordnung hier in der Hierarchie. Das ist nicht immer ganz einfach, weil auch zum Beispiel, wenn man in Abstract einer Studie steht, manchmal nicht genau das drin, was es ist. Also da machen manche Studien sich größer als sie sind. Da muss man dann tatsächlich in den Methodenteil einer Studie eintauchen und versuchen zuzuordnen, finde ich das irgendwo, kann ich das irgendwo einschränken. Wie gesagt, dann kann man schauen. Eine nicht kontrollierte Studie kann mich nie von irgendwas klinisch überzeugen. Dafür reicht einfach die Aussage nicht. Wenn ich jetzt eine randomisiert kontrollierte Studie vor mir habe, gibt es ein paar Dinge, die ich auch als Laie checken kann. Ich kann mir zum Beispiel die Studiengröße anschauen. Und da gibt es auch eine Daumenregel und das gilt jetzt für, also tatsächlich für die klinische Studie, die entscheidet, ob etwas Wirksamkeit hat. Die Behauptung, ob etwas wirkt, hilft mir. Erst hat eine Studiengröße von ungefähr 300 Teilnehmern was. Das ist natürlich in einem Bereich von seltenen Erkrankungen etwas, was man fast nie erreicht. Entsprechend schwierig besteht die ganze Geschichte. Ich habe das auch in Diskussionen bei euch manchmal mitkriegt, weil da sehr viel mit Daten und mit Zahlen gearbeitet werden muss, die eigentlich nicht den Power haben, mir ein zuverlässiges Ergebnis zu geben. Das heißt, da muss man sich dann auf andere Sachen zurückgreifen. Aber grundsätzlich heißt es, wenn ich eine schöne RCT habe, eine schöne randomisiert komplizierte Studie, brauche ich eine Teilnehmerzahl von 300, um eine klinische Wirksamkeit tatsächlich zu beweisen. Alles, was so in dieser Größengruppe, wo man häufig begegnet, so mit 20 bis 50 Teilnehmern, das sind Pilotstudien. Die können mir Hinweise liefern, aber keine Beweise. Wenn man ein bisschen sich in Studien eingelesen hat, die kann dann, falls es von Interesse sich gerne fragen werden, kann man sich auch anschauen, wie die Randomisierung ist, weil das etwas ist, was sehr wichtig ist, ob die Randomisierung gut funktioniert hat. Das heißt, die zufällige Zuteile in Gruppen ist eine Voraussetzung dafür, dass sie tatsächlich letztlich aus der Studie etwas schließen kann. Wenn die nicht funktioniert oder wenn die schlecht gemacht ist, dann ist die Studie wertlos und das ist etwas, was ich auch relativ gut anschauen kann. Finanzierung ist etwas, was man relativ leicht sieht, weil das meistens ganz gut angegeben ist. Finanzierung ist kein Ausschlusskont, nur weil eine Studie von einem Pharmahersteller und die meisten Studien sind von Pharmaherstellern finanziert. Das heißt nicht, dass die wertlos sind, überhaupt nicht. Das können gute Studien sein. Mitdenken muss man es trotzdem. Ganz wichtig, da geht es jetzt auch wieder mehr um ein alternativmedizinischer Thema, mit dem ich mehr zu tun habe eigentlich, sind ideologische Interessenskonflikte, wenn Sie eine Homöopathie-Studie haben, an der ausschließlich Homöopathen beteiligt waren. Dann gibt es ideologische Interessenskonflikte, die stärker sein können als finanzielle. Und was ganz wichtig ist, egal was das für eine Studie ist und wie toll die Studie ist, wirklich etwas wissen können Sie nur, wenn Sie diese eine Studie in die gesamte Evidenz einordnen. Das ist auch etwas. Wir lassen uns sehr gern von Einzelstudien in irgendeine Richtung in unsere Interpretation führen. Das hat keinen Sinn. Wir müssen uns immer anschauen, was sagt die Gesamtheit aller wissenschaftlichen Studien? Wie ist die Evidenz insgesamt? Und ist diese eine Studie, die ich mir gerade anschaue, steht die im Gegensatz zu dem, was wir bisher wissen, ergänzt sie ist oder ist in Wirklichkeit vielleicht eh schon ein alter Hut? Und ja, diese Einordnung in die Gesamtevidenz wäre jetzt einfach mal mein Schlusspunkt. Danke fürs Zuhören. Super. Vielen Dank, Jörg, für den, glaube ich, auch wirklich sehr gut verständlichen Vortrag. Und viele, viele wichtige Themen wurden angesprochen. Ich beginne jetzt mal mit ein paar Fragen, die im Chat gestellt wurden. Manches ist vielleicht jetzt auch schon am Schluss wieder beantwortet worden. Ich beginne mal hier oben. Genau, diese Frage wurde beantwortet. Ab wann ist eine Studie aussagekräftig? Du hast gesagt statistisch eigentlich dann erst sinnvollerweise ab 300 Teilnehmern. Und du hast auch das Problem genannt bei den seltenen Erkrankungen. Es ist nicht einfach, so viele Teilnehmer zu finden. Es gibt auch deswegen von der Europäischen Arzneimittelbehörde der EMA Sonderregelungen für seltene Erkrankungen. Die müssen jetzt nicht die Teilnehmerzahlen aufweisen in ihren Studien, wenn sie ein Medikament zulassen wollen, die nicht seltene Erkrankungen müssen. Sie haben generell ein paar Sonderregelungen, die Anreize bietet, damit die Pharmaindustrie auch in seltene Erkrankungen investiert. Zum Beispiel bekommen die so einen Early Scientific Advice, also eine wissenschaftliche Beratung von der Behörde, die schon recht früh sich austauschen können, ob ihre Studie jetzt gut aufgesetzt ist, gut geplant ist. Die wichtigen Outcomes auch gemessen werden. Also die Endpunkte, Studienendpunkte, die gemessen werden, damit es eine aussagekräftige Studie wird. Es wird der ganze Zulassungsprozess beschleunigt. Sie haben erhöhten und verlängerten Patentschutz. Das sind so Anreize, damit die Pharmaindustrie doch auch in seltene Erkrankungen investiert. Und das hat auch schon gegriffen. Also es werden mehr und mehr Medikamente für seltene Erkrankungen zugelassen. Womit man sich hilft, wenn die Studie mit eigentlich nicht genügend oder nicht so vielen Patienten durchgeführt wurde, oder wie man es sich gerne wünscht. Man kann sich ja vorstellen, eine sehr seltene Nebenwirkungen wird bei einer Studie auch mit 300 Patienten in den Hust wahrscheinlich nicht auftreten. Das heißt, es gibt diese Phase 4 Studien, wo nach der Marktzulassung weiter noch Daten gesammelt werden. Es gibt ja die Möglichkeit der Nebenwirkungsmeldungen auch direkt von Patienten. Und so kann man dann weiter Daten sammeln und sollte dann sich herausstellen, dass durch diese Daten herauskommt, das Medikament ist doch nicht so sicher wie angenommen, kann es natürlich auch wieder vom Markt genommen werden. Dann haben wir noch eine Frage zu Wikipedia. Du hast angesprochen, die englische Wikipedia-Texte sind meistens qualitativ besser. Da war die Frage, hilft es dann, wenn man sich das mittels Übersetzungsprogramm übersetzen lässt, oder ist dann doch die deutsche Variante noch besser, funktioniert das besser als Übersetzungsprogramme? Es kommt darauf an. Also pauschal kann man es nicht sagen, weil das Problem meistens nicht ist, dass auf der deutschen Seite etwas Falsches steht, sondern einfach nur viel weniger als auf der englischen Seite. Es gibt ja bei Wikipedia die Möglichkeit, sich den gleichen Artikel in einer anderen Sprache anzeigen zu lassen. Und dann kann man sehr direkt vergleichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel draufkomme, ich klicke die englische Variante an und auf Deutsch nur zwei Absätze dort stehen, und auf der englischen Variante habe ich einen ausführlichen Artikel, dann würde ich eher mir diesen ausführlichen Artikel anschauen und den kann man sich schon übersetzen lassen. Ist halt auch immer eine Frage, wie weit man dann tatsächlich... Also die Übersetzungen sind... Also es ist dann schon ein bisschen ein Sprachspiel daraus, was zu schließen. Aber es ist besser als... Also es geht darum, um die Information, die halt im Deutschen gar nicht da ist. Nicht falsch, sondern einfach überhaupt zu wenig. Und das passiert relativ oft. Man geht dann auf einen englischen Artikel und findet zeitenweise Erzählungen zu Sachen, wo auf Deutsch klicken wir einen Absatz da gestanden. Von meiner Erfahrung jetzt, was jetzt Neurofibromatose 1, 2 und Schwanermatose betrifft, sind die Wikipedia-Seiten nicht schlecht, wenn es darum geht, dass die Krankheit prinzipiell beschrieben wird, Symptome beschrieben werden. Aber da es noch keine zugelassenen Therapien gibt, findet man natürlich dort auch keine Infos zu Therapien und Behandlungsmöglichkeiten. Also da muss man sich dann doch an den NF-Experten seines Vertrauens wenden. Wobei das ja auch im Grunde ein Qualitätsmerkmal ist, dass dort nicht irgendwelche Behandlungen drinstehen, die nicht zugelassen sind. Absolut, ja. Eine interessante Frage noch von der Christina. Woran erkennt man Studien, die nicht geschönt werden? Ein bisschen was hast du schon erklärt. Ich glaube, Stichwort Statistik. Mit Statistik kann man alles so hinbiegen, wie man möchte. Und da gibt es vielleicht, kannst du darüber ein bisschen erzählen, was da so die Tricks sind. Also es stimmt, man kann mit Statistik tatsächlich sehr viel hinbiegen. Und da gibt es eigene Seminare dafür, wie man das erkennt. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist das gar nicht, das ist nicht der heikelste Punkt. Also es ist Statistik und die genauen Statistiktricks, die man da hat, sind gar nicht immer das gefährlichste. Und vor allem hat man da das Problem, da gibt es Fälle, die sind so kompliziert, dass man es nicht, also da muss man Experte sein, um es zu durchschauen. Was man allerdings mit aufmerksamen Lesen sehr oft findet, sind die systematischen Fehler einer Studie. Also sich die Statistik im Detail anzuschauen, natürlich gibt es auch da verschiedene Sachen, wie, was zum Beispiel sehr oft gemacht wird und was ich auch als Laie durchschauen kann, ist, dass in einer Studie hunderte Dinge getestet werden. Du hast vor allem die Outcomes erwähnt und das ist eine beliebte Methode, ich mache die Studie und mache 300 Outcomes. Also ich habe, ich zerlege das in Subgruppen, meine Teilnehmer, ich messe wie groß die sind, ich messe deren Blutdruck vorher und nachher, ihren Herzschlag. Ich suche mir einfach hunderte Messgrößen, weil irgendwas wird nachher anders sein. In irgendwas werden sich die Gruppen unterschieden. Und dann nehme ich das, was ich finde, das ist eine statistische Frage. Wenn ich hundert Dinge misse, dann ist auch, wenn alles sauber passiert ist, irgendwo taucht dann aus Zufall ein statistischer Unterschied auf. Und dann nehme ich diesen einen Unterschied und sage, ha schaut, das ist mein Ergebnis. Und das ist ein Trick, der relativ oft gemacht wird. Vor allem auch in dem Sinne, dass man, und das sieht man in der Studie schon an, dass nicht von Anfang an klar war, was die Studie sich eigentlich anschaut, sondern die macht eine ganz große, breite Testpalette und schaut sich, nimmt dann am Schluss das, was einer gefallen hat und sagt, das ist mein Ergebnis. Und das sieht man in der Studie an. Und das sieht man in der Studie an. Die echt Hardcore-Statistik-Tricks, das schaut man als Laie nicht. Aber die sind auch meistens nicht das Problem. Geschönt wird mit anderen Tricks wie dem grundsätzlichen Design. Da damit, dass ich eben zum Beispiel die Gruppen nicht sauber trenne, dass ich nicht vergleichbare Gruppen habe. Und was auch gern passiert, und da bleiben wir nochmal bei den Outcomes, auch wenn man nur wenige nimmt, es gibt sogenannte harte und weiche Endpunkte. Also der härteste Endpunkt, den wir kennen, ist der Tod. Da ist der Messfehler relativ gering. Und dann gibt es Surrogat-Parameter. Ich kann zum Beispiel anstatt zu messen, ob es den Leuten nach der Studie besser geht, kann ich messen, ob ihr EKG irgendeine signifikante Veränderung hat. Oder ich kann sie mit irgendeinem Fragebogen befragen, den noch nie irgendwer validiert hat, der mir in Wirklichkeit nichts sagt. Oder ich kann einen eigenen Fragebogen entwickeln und so weiter. Das heißt, ich kann bei einer Studie relativ gut schwindeln, indem ich mir einen Endpunkt suche, der sich vielleicht verändern wird, der aber nichts über den echten, über die Krankheit sagt. Und solche Sachen gibt es viel. Surrogat-Parameter sind auch etwas, worauf man aufmerksam sein soll. Das heißt, einfach nur, ich schaue mir an, haben die überhaupt was angeschaut, was für diese Krankheit relevant ist. Und das ist, glaube ich, auch bei euch und bei Neffer Thema, wo man sich alle möglichen Dinge anschaut, aber zum Beispiel jetzt nicht die Lebensqualität der Patienten. Ich habe zwei Geschichten von Dirkslaut, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass ihr da versucht habt, das mehr hineinzubringen. Und absurderweise gibt es Studien, die schauen sich völlig irrelevante Outcomes an. Also aus wissenschaftlicher Sicht, sagst du, das bringt überhaupt nichts, aber sie können ein signifikantes Ergebnis vorweisen. Was ich auch beobachte, ist manchmal, dass bei statistischen Tricks die Achsen einfach verzerrt dargestellt werden, damit diese Kurve doch steiler ausschaut. Es wird hineingezoomt und dann wird etwas als signifikant präsentiert, was eigentlich gar nicht so signifikant ist. Also da kann man auch ein bisschen drauf schauen, wie schauen die Achsen aus? Dann gibt es noch eine Geschichte und zwar, das ist der berühmte Trend. Das sagt man, wenn ein Ergebnis nicht signifikant ist, aber ein Trend hat sich ergeben. Das ist ein Zeichen dafür, dass man eigentlich nichts rauskommen hat. Ja. Häufig auch, wenn die Teilnehmerzahlen sehr gering waren, wenn man 10, 12 Leute in der Studie hat und man sieht einen Trend, dann sagt man, ja, wir sehen diesen Trend, das wäre halt zu wiederholen in einer größeren Teilnehmerzahl. Das kann interessant dann eine Tendenz sein, aber wenn es dann sich nicht bestätigt, dann ist es nicht aussagekräftig. Ja, das ist halt einfach bei Teilnehmerzahlen unter 20, spielt der Zufall grundsätzlich so eine große Rolle, dass man keine Rückschlüsse darauf ziehen kann, was in der großen Studie rauskommt. Darum braucht man ja die große Studie. Ja. Nur so als Beispiel, zum Beispiel eine Studie, die jetzt für NF1-Patienten durchgeführt wurde schon, Phase 2-Studie mit einem Medikament aus Plexiformenorofibroma. Therapie aber macht. Die wurde mit knapp 30 Patienten durchgeführt und ist aber so von den Ergebnissen doch so stark. Also über 70 Prozent haben einen signifikanten Response gehabt von mindestens 20 Prozent Tumorreduktion oder mehr. Wenn man sich das dann weiter anschaut, hat man gesehen, bei keinem sind die Tumore gewachsen. Bei manchen war einfach die Veränderung weniger als 20 Prozent und Tumorreduktionen von 40 bis 60 Prozent. Und das hat immerhin jetzt so weit geführt, dass jetzt eine Zulassungsstudie läuft in Amerika. Aber das ist trotzdem noch eine eigentlich relativ kleine Zielgruppe, aber doch sehr eindeutige Ergebnisse innerhalb dieser Zielgruppe. Genau, um das ein bisschen zu verallgemeinern, eigentlich hängt die Zahl, wie viele Leute ich in einer Studie brauche, davon ab, wie groß der Effekt ist, den ich erzielen kann. Wenn ich zum Beispiel vergleiche Fallschirm verwenden versus nicht Fallschirm verwenden, dann hätte ich ab einer Teilnehmerzahl von 10 ein statistisch signifikantes Ergebnis. Weil das Ergebnis, also der Effekt so riesig ist. Und wenn, wie du jetzt sagst, dass 70 Prozent Responder sind, dann brauche ich tatsächlich weniger Teilnehmer, um ein deutlich signifikantes Ergebnis zu haben. Nur sprechen wir bei fast allen Medikamenten leider von bei weitem nicht so deutlichen Effekten. Die meisten Medikamente haben geringere Effekte und brauchen entsprechend viel mehr Teilnehmer. Bevor ich jetzt noch ein paar Fragen vorlese, die ich selber auch noch mir aufgeschrieben habe, gibt es von eurer Seite noch Fragen? Sonst würde ich jetzt nochmal auf einen Punkt eingehen, den ich für sehr wichtig halte. Du hast den Igel-Monitor als Quelle genannt, gerade was so Randbereiche der evidenzmedizierten Medizin betrifft. Jetzt ist es ja bei Neurofibromatose, bei allen drei Typen so, dass es derzeit unheilbare Erkrankungen sind, wo die Betroffenen und Angehörigen natürlich das Netz durchforsten, um zu schauen, gibt es vielleicht irgendwas, was doch irgendwie hilft. Und da ist man natürlich auch schnell geneigt oder man landet einfach zwangsweise dann schnell auch auf eben nicht evidenzbasierten Medizinseiten. Ist der Igel-Monitor da gut geeignet, um da auch zu schauen, wie... Also für die spezielle Erkrankung wird er nicht viel hergeben, wobei er mir schon helfen wird, ist zum Beispiel bei einer allgemeinen Unterscheidung, ob eine Therapie überhaupt, wie soll ich sagen, eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Ja, das wird er sehr gut können und mir zeigen, okay, da steckt ein bisschen was dahinter, da gibt es zu anderen Indikationen, gibt es Ergebnisse, da dafür ist er gut geeignet. Für NF speziell glaube ich nicht, dass er was hergibt, die nehmen sich den großen Geschichten hauptsächlich an. Aber wenn es so um eine Einordnung geht von alternativmedizinischen Geschichten, das ist tatsächlich übrigens auch die Krebshilfe recht gut, weil natürlich Krebspatienten auch alles ausprobieren, logischerweise. Und der Igel-Monitor ist nicht schlecht und ja, sonst gibt es das leider als Medizin Transparent, die checken sehr viele Ernährungsgeschichten. Das sind ganz gute Seiten, wo man sich da anschauen kann. Das wäre ja auch meine nächste Frage gewesen, das Thema Ernährung ist gerade bei den Betroffenen ein sehr heißes Thema. Da wird auch leider oft übertrieben, dass man braucht nur die Ernährung umstellen und quasi jeder Krebs kann geheilt werden oder Nahrung. Also ich habe es jetzt da nicht drin, das wisst ihr wahrscheinlich sehr gut mit diesen allgemeinen Regeln, irgendwann mal sofort skeptisch werden soll, wenn jemand Wirkung verspricht ohne Nebenwirkung. Ich bin mir nicht sicher, ob mir zwei Beispiele einfallen würden, wo es das tatsächlich gibt. Oder wenn jemand von Heilung redet bei Dingen, die derzeit noch als nicht heilbar gelten. Wenn jemand eine Methode für alle Krankheiten propagandiert. Also wenn jemand sagt, okay, ich habe das Wundermittel, das ist egal, was du hast, das hilft auf jeden Fall. Das sind die Geschichten, wo sofort die Alarmglocken angehen sollten. Das sind ja auch häufig von den Medien aufgegriffene Themen wie Methadon zum Beispiel oder die ganzen Cannabinoide, die jetzt als universal Mittel gelten. Natürlich, weil so Sachen, das klingt spektakulär und wenn man nicht die Zeit hat, dem wirklich nachzugehen. Was da ein ganz guter Typisch ist, die erste Informationswelle ignorieren und dann auf die Quellen gehen, die den Sachen nacharbeiten. Das Spektrum der Wissenschaft ist da übrigens relativ brav in der Online-Geschichte. Das ist vielleicht auch noch ein ganz paar Paratip. Die arbeiten sollen Geschichten relativ oft nach, unter anderem sind ja der Methadon-Geschichte dann noch losgegangen und machen dann gute Zusammenfassungen, was wirklich an diesen Storys dran ist. Bei Ernährung ist es wirklich schwierig, weil es gibt enorm viele Anbieter, die dann Versprechungen machen, weil sie im Gegensatz zu den Arzneimitteln ja keine Zulassung durchlaufen. Das heißt, die können alles Mögliche versprechen, solange sie sich rechtlich halbwegs vorsichtig bewegen und müssen keine Wirkung nachweisen. In Wirklichkeit ist bei den meisten Menschen, die tatsächlich schwere Erkrankungen haben, das Hauptproblem, dass sie genug essen. Und da sind dann diese ganzen Diät-Tipps, die oft recht radikal werden, ein echtes Problem, weil das eigentliche Problem wäre, dass die Leute in einem guten Ernährungszustand bleiben und eben nicht irgendwelche absurden Diäten ausprobieren. Genau, da war jetzt nochmal die Frage, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel müssen keine Wirkung nachweisen. Ja, es ist so, dass du, um ein Medikament zulassen zu können, brauchst du Zulassungsstudien, das Ganze muss durch die diversen Behörden gehen und du musst in sauberen Studien nachweisen, dass das, was du behauptest, stimmt. Und das, nicht nur das, du musst die Wirkung nachweisen, du musst die Sicherheit nachweisen. Bei Nahrungsergänzungsmitteln musst du nichts davon haben. Du musst nur vorsichtig sein, was du behauptest. Man darf keine Heilung behaupten. Und es gibt von der EU einen Katalog mit Formulierungen, was man, der gilt dafür mit den Produkten, was man behaupten darf und wie man das formulieren muss. Das können sie machen. Konkrete Heilsversprechen dürfen sie nicht machen. Und die, die schlauer sind, formulieren dann halt das so entsprechend, nachdem es hier einen Katalog gibt, weil es nur ein Problem vorgeht. Und die brauchen aber keine Zulassung. Also nicht, die kommen auf den Markt als Nahrungsergänzungsmittel und nicht als Medikamente. Und das sehen wir eben online auch immer wieder, dass in Facebook-Gruppen in Foren auf einmal Links landen von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, die dann sehr übertrieben angepriesen werden in ihrer Wirkung, obwohl die, wie du richtig gesagt hast, niemals in einer Studie getestet wurden. Ja, das ist dann teilweise auch ein Problem, weil da auch einige Ärzte drauf aufspringen und selber durchaus in der einen oder anderen Art Nahrungsergänzungsmittel verscherbeln. Manchmal direkt gleich auf der Homepage der Praxis mit angebundenem Online-Job. Toll, weil man als Arzt natürlich dann diverse Mangelzustände behaupten kann und sagen, die Mangelzustände könnt ihr beheben, indem ihr gleich bei mir die Nahrungsergänzungsmittel kauft. Das ist eine heikle Geschichte, wenn Ärzte bei so einem Ding mitmachen. Das heißt, ein Nahrungsergänzungsmittel, die kann man jetzt selber als Betroffene hersetzen, quasi an mir experimentieren, irgendwas selber herstellen und das dann im großen Stil, weil es bei mir irgendwie Kolfen hat, quasi weiterverkaufen. Jein. Also es gibt so Mindestbedingungen, wie du natürlich, du musst dich ans Lebensmittelgesetz, müssten sie sich halten. Das ist mir schon klar. Aber das ist alles. Sie müssten nur in dem, wie sie formulieren, was ihr tolles Nahrungsergänzungsmittel kann, müssen sie vorsichtig sein. Aber sie können sich zum Beispiel eine Homepage einrichten und erzählen, sie wurden dadurch geheilt. Also ihre persönliche Geschichte dürften sie illustrieren. Und sie können auch zehn andere Leute engagieren. Sie können die auch bezahlen. Ich versuche gerade zu überlegen, wer das gemacht hat. Irgendein Hersteller hat Blogger bezahlt, wenn die Videos online stellen mit den positiven Erfahrungen, die sie damit gemacht haben. Und das hat ganz gut funktioniert. Da hat jeder 100 Euro für eine positive Rezension gekriegt. Und dann wird das Internet geflutet von positiven Rezensionen für irgendetwas, das nie eine Wirksamkeit nachweisen hat müssen. Ich glaube, die Sachen werden dann natürlich auch leichter gefunden, weil sie überall aufpoppen und dann vom Algorithmus von Facebook natürlich auch vorzutragen. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist die Fitnessindustrie. Was da alles angepriesen wird als leistungssteigernde Wirkstoffe, ist ein Wahnsinn. Und da wird so viel Geld gemacht damit. Ja. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Ansonsten würde ich nochmal kurz wirklich zusammenfassend sagen, dass jetzt glücklicherweise in der NF-Forschung wirklich viel passiert derzeit. Also da ist international viel im Gange. Wir sind auch als Verein NF-Kinder mit diesen diversen Forschungsgruppen wirklich in engen Kontakt. Planen auch gerade auf europäischer Ebene mit der amerikanischen Organisation regelmäßig wirklich laienverständliche News aus der Forschung zu publizieren, zu bringen. Wir haben auch Kontakte zu Ärzten, wo wir nachfragen können, wenn wir etwas verdächtig finden, dass da etwas im Umlauf ist, wo wir gerne eine Expertenmeinung dazu hätten, was da wirklich dran ist. Also das können wir alles anbieten. Ansonsten auch schon mal ein bisschen ein Vorschau. Wir werden am 16. und 17. November wieder eine Patiententagung in Wien durchführen, wo die einmalige Möglichkeit besteht, mit diversen Spezialisten in die Diskussion zu kommen, sich Fachvorträge anzuhören, Fragen zu stellen, sich auch untereinander auszutauschen und zu vernetzen. Da hoffe ich, dass sehr viele teilnehmen werden. Und ja, ansonsten kann ich auch wirklich nur empfehlen, sich auf den Websites der jeweiligen Patienteninformationen zu informieren oder direkt den Kontakt aufzunehmen und zu fragen. Ich sehe oft, dass auf Facebook viel gepostet wird, viele gut gemeinte Ratschläge. Was gut gemeint ist, ist nicht immer dann auch wirklich gut. Und da ist man auch, wenn man selbst Administrator ist auf diesen Seiten, so schnell kann man gar nicht schauen, da ist schon wieder etwas 13 Mal geteilt worden und geliked worden. Ja, da muss man eben, und da hat der Jörg, glaube ich, jetzt wirklich sehr gute Tipps gegeben, wie man das Ganze kritisch analysieren kann, welche Punkte man durcharbeiten kann. Ja, wenn jetzt keine Fragen mehr sind von euch, dann würde ich nämlich jetzt mich ganz herzlich bei dir bedanken, Jörg, für den tollen Vortrag. Auch, dass wir die Folien zur Verfügung stellen können und das Video auf unserer Webseite und Facebook-Seite publizieren können. Ja, und ich freue mich über diesen schönen Auftakt für unsere Webinar-Reihe. Ich sage vielen Dank auch allen, die teilgenommen haben und sich das Video noch anschauen werden. Und ja, bitte, wenn es Vorschläge gibt für weitere Themen für Webinare, schreibt an kontakt.nfkinder.at und wir werden eure Vorschläge aufgreifen und berücksichtigen bei der weiteren Planung. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen.